Hallo Leute und herzlich Willkommen zu einem neuen Video Sonst leise Ähm Werde ich Bitwurst spielen Mal wieder auf dem Ne Nether Games Server Und ja, da haben wir voll lange nicht mehr drauf gespielt Und ja, es geht jetzt los Diese Farbe, also Das Rot, mir ist eigentlich sehr nicht gefallen Ich habe so lange schon nicht auf dem Server gespielt Weil alle meine Server gelöscht wurden, keine Ahnung warum Und ja, deswegen, ne Bin ich jetzt wieder hier Ich habe keine Ahnung wie das geht Früher hatte ich immer Taktiken Wart einfach bis 12 Ne Wie schnell die alle im Bauen sind Hilfe Ja Digga Ich habe keine Lust mehr Weil Alle Alle können so schnell bauen wie er Ne Alle Ach Digga Das macht jetzt schon keinen Bock mehr Alle so richtig try harder Schwitzer Ja Ja Was soll man machen, ja Früher hat es Spaß gemacht Jetzt Schwitzen ja alle um ihr Leben der Ja Das macht keinen Bock mehr Ist doch so wie es ist Ja, guck mal Ey Warum seid ihr alle so schnell Guck mal Da kommt jetzt schon wieder der nächste Ha ha Haha du Lusche War ich dich low Ich schwöre ich, punch dich da runter Tschüss Wir nicht mal das Bit zu bauen könnte geht er zu meinem bett so ein kleiner weg da schnell im rüber bauen digga die sind so drei hat er digga das macht einfach keinen bock mehr die bauen sich nach afrika nach die sind schon drüben ja in einer sekunde ich kann so fluchen die holen sich direkt so blöcke die ist das ja die wollen noch nicht mal bett ein die das erste was sie machen ja die gehen zuerst rüber bitte ist es normaler spieler gegenüber von mir was kann ich wieder quitten der löscht euch einfach bitte löscht euch doch einfach löscht dich löscht dich löscht dich komm löscht dich bitte löscht ja löscht so gut löscht dich es macht keinen bock mehr minecraft zu spielen das sind nur noch so drei hat er wie ein fort nach der war ich der einzige jetzt ja da kommen einfach 1000 leute zu dir angeflogen die machen so und dann kommen die auf einmal von der ecke ja was soll ich machen ich schwöre das macht keinen bock jetzt ist schon ein bett abgebaut wie viel sinn macht es noch jetzt erst mal bett eingebaut das ist so die frühere taktik von mir gerade ja wie viele betten will er noch abbauen jetzt eine rüber kommt dann schlafe stehen in die fresse ich konnte das früher mal gucken ob ich jetzt noch so ich kann das locker nicht mehr ja guck ich sag doch und so bauen diese kack hunde früher hat man sich so schlicht rüber gebaut bis nicht alle fassbrüchen muss so auf eine andere art ich sag's nur einmal ich sag's nur einmal du verpiss dich dort hinten dort hinten ist doch gegner der will sein bett holen ich grüße alle die mich bis jetzt verfolgt haben ich hasse diese kack schwitze ich habe schon verloren ich grüße alle die mich bis jetzt verfolgt haben ach so der hat diese feuerwelle macht schon lang keinen bock mehr für mich macht es keinen sinn mehr er baut alle betten alle ab alle mit einem zug bär solche wichser sorry solche bieb jetzt ich wette jetzt kommt dieser weiße zu meinem bett ich sehe gleich schon wieder hundert namen ich wusste es das ist doch der gleiche wieder der gleiche ja was hat denn der für eine range das ist doch der gleiche sei mal ehrlich das macht keinen bock mehr Minecraft alles spiele es sind nur noch alle schwitze fortUSE ja was soll ich schon machen machen wir machen wir alle One-Shot das sind alle so kleine Kakerlaken das macht keinen Bock mehr ich schwöre ich sehe doch schon wieder Platz um die Kakerlaken geh doch einfach weg ok, so hoch auf das Platz auch so hoch hm ich habe generell solche Spiele, die machen einfach keinen Spaß mehr aber Prolsters auch gar keinen Hype mehr für mich aber man kann spielen aber trotzdem hat keinen Hype dass das so wie es ist jeder hat seine eigene Meinung und das ist halt meine Meinung wenn euch Prolsters gefällt könnt ihr spielen mir ist das gerade egal was wir machen und ja sollen wir machen ich habe nur Schwitzer also in allen Runden in allen gibt es einen Schwitzer der richtig alle rasiert alle schon ein Team weg wahrscheinlich der rasiert alle also mit rasieren so so Kascha sucht ihr mal sein Glück ne oh mein Gott Aua ihr schreibt bestimmt in die Kommentare äh ich hab ja ne andere Taktik ja es juckt mich nicht es juckt mich nicht es juckt mich nicht könnt ihr ja jetzt schon mal hinhören es juckt mich nicht was ich ihr für ne Taktik nehmt es juckt mich nicht es juckt mich nicht warte mal drauf ein es geht mir so am Ohr am Ohr vorbei ach du heilige Scheiße was kommt denn da ok anscheinend war ein Hacker in der Runde ähm ja machen wir noch eine Runde im Solo ist halt niemand mehr drin what the f... alles klar wir sehen uns dann gleich wieder so so ich hoffe das geht wieder jetzt 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 wirklich offline gube gube alter Leute ey warum sind die Server offline wer du hast wer du hast nur ist es kurz oder was als ob es kurz ne es kurz ist auch was alles ist offline als ob der ganze Server ist gecrashed ja Leute ja Leute ich hoffe ich hat es gefallen weil ich denk jetzt noch die Server sind kaputt also hier ich komm auch nicht mehr in Spots ne ich komm auch nicht mehr in Spots ne ja dann bringt es auch nichts wenn alles aufgelöst ist ja dann ich hoffe euch hat das Video gefallen und ja dann noch einem schönen Tag schöner Woche und ja tschau